Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RCFC Köln. Bundesliga 2023-2024, 6. Spieltag. RCFC Köln gegen VfB Schuttgart. Entgibnis 0-2. Startelf, RCFC Köln, Schwebe, Kastinsen, Hübers, Schabot, Paradara, Husin, Basik, Lubik, Kainz, Machina, Selke, Tikkes, Startelf und VfB Schuttgart. Nübel, Stinsel, Anton, Raoult, Ito, Kach, Katsosor, Stiler, Milot, Lewinck, Friedrich, Kuriasi. Das war's von RCFC Köln gegen VfB Schuttgart, 18.18 Uhr.